Herzlich willkommen bei drei am runden Tisch. Was ist noch normal im Schulalltag? Nicht mehr vieles zu hören und das schon so kurz nach dem Start ins neue Schuljahr. Wann werden wir mehr gesperrte als noch offene Klassen haben? Und warum nehmen so viele Eltern ihre Kinder schon jetzt aus der Schule raus und unterrichten sie freiwillig zu Hause? Hier bei drei am runden Tisch können meine Gäste vor allem gleich miteinander reden. Gekommen sind der Bildungsdirektor aus Wien, Heinrich Himmer. Guten Abend. Herzlich willkommen. Und der ehemalige Schuldirektor und Lehrer und Autor, jetziger Autor, Niki Glattauer. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Himmer, ich möchte mit Ihnen anfangen. Es gibt Einigkeit darüber, dass Corona-Chaos herrscht. Besonders an den Schulen, besonders für die Schülerinnen, Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen. Wer ist schuld und vor allem, was ist Ihr Anteil an diesem Chaos? Also Corona beschäftigt unser aller Leben, egal ob in der Schule oder außerhalb. Man kann davor auch nicht fliehen. Und daher können auch Schulen nicht fliehen. Das, was glaube ich ganz entscheidend ist, Schulen sind keine Teststraße. Sie sollen sie auch nicht werden, auch wenn es derzeit so wirkt. Schulen sind dafür da, jungen Menschen Zukunft zu geben. Das machen auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Das sollen sie auch machen. Dafür sind sie ausgebildet. Wir brauchen allerdings Sicherheit, damit überhaupt die Schulen irgendwie funktionieren können. Ja, also mir fällt einmal spontan ein Satz ein, den ich gelesen habe im aktuellen Profil. Der geht so, damit wir mit was Lustigem auch anfangen, weil es wird noch nicht ernst genug. Der geht so, die Corona-Maßnahmen der Regierung sind von einer derartigen Klarheit, dass bald jeder jemanden kennt, der sie auch versteht. Und ich glaube, das umreißt eigentlich die Problematik schon ziemlich gut. Und wenn ich da jetzt, weil Sie schreiben keine Teststraße, weil Sie sagen, keine Teststraße. Wenn ich da jetzt ein bisschen zurückgehe, nur damit wir uns auskennen, wo wir jetzt stehen. Österreich hat meiner Meinung nach viel zu früh auf ein falsches Pferd gesetzt, auch in den Schulen, nämlich testen, testen, testen. So, als würde man durchs Testen gesund werden. Das ist wie beim Messen, Messen, Messen. Das ist überhaupt zu österreichischer Zugang. Man glaubt, man misst und dann ist alles schon in Ordnung. Testen, testen, testen. Wie man dann draufgekommen ist, dass dieses Pferd nicht funktioniert über den Sommer, zu meiner großen Überraschung, hat man genau das, was Sie jetzt in Abredestellen gemacht, nämlich die Schulen zu einer Teststraße für die gesellschaftliche Entwicklung. Und zwar insofern, als man gesagt hat, zu wenig Geimpfte. Das Testen allein nutzt nichts. Dass man jetzt Test-Europameister sein, bringt gar nichts. Also versuchen wir die Pandemiebekämpfung über die Kinder. Aber das Testen bringt zumindest, dass man sie rausfischt, die jetzt Corona haben. Rechtzeitig. Ich stemme nur die Frage, ist das Anlassgesetzgebung oder es ist ja kein Gesetz, jetzt ist es eine Verordnung, Anlassverordnung, dass es jetzt heißt, nicht zehn Tage Quarantäne mehr, sondern nur mehr fünf Tage. Gehen Sie da mit, mit dieser Idee? Und vor allem, das heißt ja in Wirklichkeit, dass sonst wären noch weniger jetzt in der Schule. Und wer kennt sich noch aus? Wer wird K1, wer wird K3? Das ist, glaube ich, das ist das, was uns eint. Natürlich wissen wir alle, dass die Regeln sich zum Teil so häufig ändern, dass es uns, und zwar innerhalb und außerhalb der Schule, oft schwerfällt, ihm zu folgen. Deswegen ist auch ein großer Dank zu sagen, Hallen, egal ob ehemaliger Schulleiter oder jetzige Schulleiterin, jetziger Schulleiter, die stemmen einen wesentlichen Teil auch für die Gesellschaft. Vollkommen recht. Es geht nicht nur um die Schule selber. Die Kinder und die Jugendlichen, wir reden von 240.000 alleine in Wien, über eine Million in ganz Österreich, sind ein ganz großer Teil auch dieser Republik. Einer, der oft zu wenig ernst genommen wird. Da können wir vielleicht auch noch diskutieren. Jetzt ist er gerade besonders wichtig, weil natürlich über die Kinder, über die Jugendlichen, die Eltern und Familien auch erreicht werden. Und daher ist dort, wo nicht geimpft werden kann, nämlich, und das sind die 6- bis 12-Jährigen vor allem, ist natürlich das Testen die einzige Möglichkeit, die wir derzeit haben, nämlich mit dem Goldstandard vor allem PCR herauszufinden, dass es nicht zu einem Flächenbrand kommt. Und ich finde, es ist der völlig falsche Weg. Es sitzt auf dem falschen Pferd jetzt auch noch ein schlechter Jockey, nämlich ein Testsystem, das nicht funktioniert und das nur Opfer bringt, also nur Opfer mit sich bringt. Nämlich Eltern, die völlig unvorbereitet und völlig schuldlos plötzlich ihre Kinder wieder zu Hause sitzen haben, obwohl man ihnen gesagt hat, wir machen Schule normal. Es hat Lehrerinnen und Lehrer, die plötzlich eine Außenstelle des Gesundheitsamtes sind und keine Schule mehr, obwohl man ihnen versprochen hat, alles zu tun, damit die Schule wieder funktioniert. Der Gewerkschaftler Buland, also das ist die Gewerkschaft, aus der Sie auch stammen, der schreibt ja von einem Brachliegen der pädagogischen Arbeit. Und das ist auch das, was mir die Lehrerinnen und Direktoren schreiben. Aber warten Sie, darf ich nur den Eingedanken? Das Wichtigste aber sind die Kinder, sind wir uns einig. Und die sind die Leidtragenden Nummer 1. Und zwar von den Schulbeginnern, die jetzt nicht in eine Schule gehen, sondern in eine Gesundheit sind. Aber am meisten Leidtragend sind sie, wenn die schon geschlossen sind. Moment, Moment, Moment. Aber da gäbe es ganz andere Möglichkeiten. Nämlich endlich das Impfen zu forcieren. Und da hat meiner Meinung nach der Gesundheitsminister in enger Kooperation mit den Bildungsministern und in weiterer Folge mit den Bildungsdirektionen komplett versagt. Also wir haben bei den Lehrern, Lehrern Wien und das Burgenland sind die beiden Bundesländer zum Beispiel, die mit fast 90 Prozent Impfquote unter den Pädagogen und Pädagogen gezeigt haben, dass das Impfen von den Wichtigsten, nämlich die Schule, möglich machen, nämlich den Lehrern und Lehrern auch angenommen wird. Die Zahlen stimmen ja so nicht. Aber gehen wir zurück zu den Kindern. Das sind die offiziellen Zahlen. Wir haben... Niki Glattaus, Sie haben ja eine Kolumne in der Zeitung Heute und da schreiben Sie immer am Montag und da haben Sie die Woche wieder einmal Noten vergeben. Ein ehemaliger Lehrer vergibt Noten. Ein ehemaliger Lehrer, immer Lehrer, oder? Ich erkläre es ja auch immer. Ja, und da haben Sie die Woche erklärt, es sollen mobile Impfbusse vor den Schulen geben. Und haben quasi die Frage an den Herrn Himmer ja dann gestellt, ich darf Sie zitieren, warum gibt es nicht schon längst fertige Einverständniserklärungen der Eltern, dass man die Kinder impfen darf? Darf ich das nur erklären? Selbstverständlich. Ich meine so, man hätte statt, dass man auf Testen, Testen, Testen gegangen wäre... Nein, ich möchte das bitte nicht mehr über Testen, ich möchte das über das... Hätte man müssen, die zwei Sommermonate dazu nutzen, eine Impfstruktur zu schaffen. Sprich, warum schafft man das in neun Wochen nicht, an jeder Schule oder zumindest an zwei schon pro Bezirk, ein Impfteam an der Schule zu haben mit vorgefertigten Einverständniserklärungen, wo die Eltern nur noch unterschreiben müssen, wo die Frau Radosavljewitsch kommt und nur hinschreiben muss, Übermann hat das gebetet. Ja, aber das gibt es. Es ist sogar eine Einverständniserklärung der Eltern gar nicht notwendig. Das heißt, wir reden nur von den 12- bis 14-Jährigen, weil darunter darf im Moment nicht geimpft werden. Ja, und da gibt es auch schon Einverständniserklärungen, die einfach ausgefüllt werden müssen. Also weil es jetzt in einer Schule begonnen wurde, damals finde ich nicht schlecht, aber was hat man neun Wochen? Naja, neun Wochen waren Ferien, aber wie wir wissen, sind die Schulen im Regelfall geschlossen, da macht das wenig Sinn und wir haben gerade in Wien ein Impfangebot vom Impfboot über den Impfsupermarkt, über die Impf-, was auch immer, das heißt, das Impfen... Ja, und das ist dann, wenn Schule ist, nämlich ab September läuft das und das läuft nämlich mit Impfbussen und mit fixen Impfeinrichtungen in den Schulen selber. Insofern, ja, das ist ganz wichtig, weil wir müssen zu den Leuten kommen und das betreibt ja Wien ganz intensiv zum Beispiel, dass man ganz niederschwellig in die Supermärkte, in die Geschäfte, auch in die Veranstaltungen geht und das ist eben, weil Wien, und das möchte ich auch betonen, und das ist vielleicht der Unterschied, weil Sie gerade die Bundesregierung auch angesprochen haben, schon auch in Wien ein ganz spezielles Thema, dass selbst der Wiener Bürgermeister ja von Beginn an gesagt haben, die Pandemie ist nicht vorbei und wir können nicht so tun, als starten wir jetzt im Herbst einfach so wieder in das Geschäft rein, es funktioniert. Ich halte fest, Sie sagen, es gibt genug Impfbusse, genug niederschwellige Angebote in den Schulen, Sie sagen, das ist nicht so. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, ich habe heute mit einer Expertin geredet, die hat ganz klar gesagt, die wissen ja, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, rechnen da auch viel und sie hat zu mir gesagt, die Schulen werden nur über den Winter kommen, wenn Präsenzunterricht nur mehr für alle ist, die geimpft sind. Wenn für die, die nicht geimpft sind, also die unter Zwölfjährigen, für die wird es in Wirklichkeit keinen Präsenzunterricht geben können, das heißt, die Volksschulen und alle bis Zwölfjährigen werden letztendlich im Homeschooling landen. Also so schwarz sehe ich nicht, weil tatsächlich es so ist, ja, und das sehen wir an den Inzidenzzahlen, wir wissen, dass die Gruppe der Nichtgeimpften die ist, die jetzt in dieser vierten Welle der Pandemie am betroffensten sind. Das heißt, ja, ich habe selbst zwei kleine Kinder, die im Kindergarten sind und die natürlich auch von dem betroffen sein können und insofern, ja, eine Ansteckung kann natürlich erfolgen, heißt aber auch nicht bei allen, aber heißt auch, die sind nicht durchgehend den ganzen Winter krank, sondern wir wissen ja gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass im Großteil der Fälle die Symptome sehr gering sind. Trotzdem, ich muss unterbrechen, glauben Sie der Expertin, die sagt, letztlich können nur mehr die Geimpften im Präsenzunterricht sein in ein paar Wochen und die unter Zwölfjährigen die Volksschulen im Homeschooling? Schauen Sie, nein, ich teile zwar die Sorge dieser Expertin, ich habe nur einen ganz anderen Zugang. Ich finde, ich sage es nochmal, weg mit der Testerei, das muss auslaufen. Wir müssen aufs Impfen gehen, die geimpften Kinder, die soll man in Ruhe lassen. Ich möchte jetzt ganz kurz verknappen, Kind krank, geht nach Hause, muss in Quarantäne, klarerweise und darf erst wieder in die Schule, wenn es gesund getestet ist. Alle geimpften Kinder dieser Klasse soll man komplett in Ruhe lassen, weder testen noch in Quarantäne, weil für die Tests sind ja geimpft worden. Und die Ungeimpften sollten meiner Meinung nach einen Test machen, einen Tag nachher oder am selben Tag. Wenn der Test negativ ist, das weiß man zwei Tage später, sollen sie in die Schule kommen und Masken tragen. Die Geimpften nicht. Die Geimpften sollten Schule normal haben. Die Ungeimpften Maske tragen und dann warten wir, ob wieder ein Kind erkrankt. Und dann wiederholt sich die Prozedur ohne den ganzen, ohne das Priorität. Aber heißt das nicht, dass letztlich die ungeimpften Kinder dann die sind, die, man sagt in Wien, das Bummerl haben, auf die dann Druck ausgeübt wird? Auf das wollte ich gerade hinauf. Das, was wir wollen als Schule, ist Brücken bauen. Denn wir wissen, wir wollen nicht die gesellschaftliche Spaltung, die es zum Teil gibt, zum Fragen testen, ja testen, nein, impfen, ja impfen, nein. Schule hat die Aufgabe, genauso wie sie es angesprochen haben, die Abmeldungen zum häuslichen Unterricht. Es geht uns darum, den Leuten die Hand zu reichen, niemanden auszuschließen und zu sagen, weil du nicht geimpft bist, ist für dich Schule tabu, bis was auch immer. Oder weil du nicht getestet bist, ist Schule tabu. Oder weil du in den häuslichen Unterricht gehst, deswegen interessiert uns das nicht. Herr Bildungsdirektor, das ist ja ein sympathischer Zugang, ich verstehe das ja. Das ist wirklich ein sympathischer Zugang. Aber Bildung muss sympathisch sein. Aber es gibt einen Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Den haben wir erreicht. Siehe die Raucherdiskussion. Irgendwann einmal muss der Gesetzgeber sagen, im Lokal ist Rauchen verboten. Auch wenn Hunderte sich als Opfer generieren und sagen, die Lokale sperren zu haben. In der Zwischenzeit sperren überhaupt kein Lokal. Aber der Gesetzgeber sagt nicht, es gibt sozusagen die Impfung als ausschließliche Voraussetzung. Also diese sogenannte 1G-Regel gibt es nicht. Also müssen wir mit dem leben, was es derzeit gibt. Aber wir hätten die Chancen, und sie ist Bildungsdirektor und alle anderen Bildungsdirektionen in Österreich natürlich genauso. Sie hätten die Chance dafür, zu kämpfen, dass die geimpften Kinder in Ruhe gelassen werden. Und dass der Schulbetrieb wieder ein Schulbetrieb ist. Und wie gesagt, nicht eine Außenstelle des Gesundheitsamts. Und da, finde ich, wird zu wenig gekämpft. Es wird in den Diskussionen immer nur geredet, K1, K2, Quarantäne 5 Tage, Quarantäne 6 Tage. Das können wir uns alle in Wirklichkeit gar nicht leisten. Absolut. Aber die Geimpften müssen auch nicht in Quarantäne im Regelfall, weil sie werden getestet. Und wenn sie negativ sind, müssen sie auch nicht in Quarantäne gehen. Es macht Gott sei Dank eh jede Schule das. Nein, Gott sei Dank nicht. Das würden für die Eltern es noch unsunfähiger sein. Sie wissen gar nicht, was ich da alles höre, lese und bekomme. Wir wissen auch, dass grundsätzlich die Dinge immer ein bisschen anders sind. Aber die wesentlichen Punkte müssen aber alle Schulen österreichweit besser sein. Jetzt schaut es so aus. All das, was Sie jetzt schon miteinander gesprochen haben, ist offenbar und ganz offensichtlich mit ein Grund, warum in ganz Österreich 900 Eltern, nein, in Wien 900 Eltern ihre Kids von der Schule abgemeldet haben mit diesem Schuljahr. Österreichweit 6.000 schulpflichtige Kinder wurden abgemeldet. Jetzt, was sagen Sie dazu? So viele Abmeldungen? Ist das gut? Ist das schlecht? Also grundsätzlich ist es das Recht des Elternteils, so steht es in der Grundverfassung aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, dass es nicht mehr aktuell ist. Ich glaube auch da zum Beispiel, dass man sich als Eltern bis zum letzten Ferientag entscheiden kann, gebe ich mein Kind in die Schule oder nicht, dass zum Beispiel auch keine Möglichkeit besteht, für uns als Bildungsdirektion etwas zu bewilligen, sondern das ist sozusagen mehr oder weniger ein sehr, sehr starkes Recht. Ich muss aber sagen, was uns wichtig ist, ist jetzt nicht 900 Eltern anzuklagen. Das ist auch weder unsere Aufgabe, sondern die einzuladen. Trotzdem wollen Sie, ist es gut oder ist es schlecht? Sie wollen einladen? Nein, für uns ist es, ich sage es, das ist ja auch unsere Rolle. Ich gehe davon aus, Schule ist der beste Ort für Kinder und etwas zu lernen. Das ist die Frage. Ja, ich gehe davon aus, Schule ist der beste Ort, weil dort die Profis sind, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich bin selber Vater, ich möchte meine Kinder nicht selbst auch unterrichten müssen. Aber für die, die das tun, ich möchte sie nicht verurteilen, noch einmal, wir müssen in dieser Gesellschaft gerade das Bildungssystem Brücken bauen. Wir laden auch alle Eltern ein, in Wien mit uns das Gespräch zu suchen. Und es gibt ja die Möglichkeit, immer auch sein Kind zurück in die Schulen zu geben. Und ich kämpfe dafür. Schule ist der beste Ort für Kinder und das tun wir. Also ich finde, da ist eine Aufgeregtheit nicht angemessen. Ich verstehe alle Eltern, die in dieser Situation, die jetzt leider gekommen ist, die haben das offensichtlich schon geahnt und gespürt, sagen, ich kann mir ein Kind eine Zeit lang, weil meistens ist das Kind ja eh dann nur ein Jahr lang zu Hause und geht dann eh wieder in die Schule. Es geht ja nicht um ein Rausnehmen aus dem Bildungssystem. Ein Jahr in der Regel. Ich verstehe das sehr gut. Und ich halte es da mit dem Bildungsforscher Hopmann, der sagt, statt dass man diese Eltern mit Maßnahmen bedroht, so wie das vom Ministerium gekommen ist, sollte man hinterfragen, was in der Schule schiefläuft, dass die Kinder dort nicht lernen können oder wollen, was die Schule von ihnen verlangt. Ja, aber Sie müssen jetzt gerade, Sie haben gerade gesagt, Sie verstehen es wegen Corona, dass man das nicht will und gleichzeitig sagen Sie, Sie sind mit der Schule nicht einverstanden. Ich erlebe, und das erlebe ich sehr häufig, dass ich war heute also in einer Schule im Schulzentrum Ungergasse, dass Kinder mit Beeinträchtigung und nicht mit Beeinträchtigung gemeinsam toll begleitet heute eine Klasse, die im letzten eineinhalb Jahr ein Kinderbuch geschrieben hat. 18-jährige Burschen, die ein Kinderbuch geschrieben haben, zweisprachig, wo es um Klimaziele und Klimaschutz geht. Es funktioniert Schule. Und es ist uns wichtig, dass wir, und das liegt nicht an mir, das sage ich auch ganz deutlich, liegt nicht am Bildungsdirektor von Wien, dass die Wiener Schulen so gut funktionieren. Es liegt an jeder einzelnen Mitarbeiterin vor Ort. Und die machen einen tollen Job. Und die leisten jetzt, sie haben vollkommen recht, jetzt Arbeit, die sie nicht leisten sollten. Nämlich sie retten uns als Schule davor, dass wir ganz zusperren müssen. Das ist großartig. Wir laden alle ein, die... Sie sagen, also der Herr Glatterhaus sagt, das ist eh okay, wenn die Kinder abgemeldet werden, für ein Jahr. Es ist im Verhältnis. Kann er Sie überzeugen? Nein, es ist okay, weil es ein Recht, ein Grundrecht ist. Aber es ist die Frage, ist es wirklich vernünftig, das Kind sozusagen zu Hause abzugeben. Und das einzige Mal, wenn wir sie wieder sozusagen abholen, die Prüfung am Ende eines Schuljahres oder im Semester ist. Wir sollten sie begleiten. Wir sollten ihnen auch, und das bieten wir auch an, Unterstützung anbieten. Nämlich dabei, wie kann ich häuslichen Unterricht gestalten. Wir haben 240.000, ganz kurz noch, 240.000 Schulkinder in Wien. Und 870 sind jetzt zu Hause. Das heißt, im Verhältnis, wir brauchen jetzt auch nicht in eine Alarmstimmung fallen und auch die Leute nicht verurteilen, sondern abholen und gemeinsam schauen, was können wir als Bestes daraus machen. Und ich möchte sie natürlich schon in die Schule zurückholen, weil das ist mein Job. Und ich bin sehr davon überzeugt, die österreichischen Schulen sind großartig und wirklich weltweit. Ich finde, man sollte die Eltern nicht dämonisieren. Ich habe mehrmals mit Kindern zu tun gehabt in meiner Laufbahn, die aus dem häuslichen Unterricht gekommen sind. Ich erinnere mich an einen Buben, der dann letztlich mein bester Schüler wurde an einer neuen Mittelschule, der jetzt studiert hat und der zwei Doktortitel mittlerweile hat, nachdem er zwei Jahre den Hausunterricht genossen hat. Eine Freundin von mir, Journalistin übrigens, die auch beim ORF war, die hat ihr Kind auch für ein Jahr herausgenommen. Und das Kind studiert jetzt. Und ich war 24 Jahre alt, also ein junger Bursch und bin gesessen in Mexiko, in Veracruz. Kommt ein Mensch, ein Rechtsanwalt, übrigens der Bruder eines berühmten Matura-Schulegründers, ich will es keinen Namen nennen, mit seinen Kindern, der für seine Kinder herausgenommen hat, für ein Jahr auf Weltreise war. Und er hat gesagt, ein Jahr Weltreise ist für die Kinder besser als eine. Das ist aber genau das, was wir nicht wollen. Das ist eine soziale Frage. Wer kann sich leisten, den Luxus zu haben, seine Kinder zu Hause zu betreuen? Es ist ungerecht. Und deswegen sage ich auch, es ist jetzt nicht das Thema, wo man sagen muss, es ist das, worauf ich mich jetzt sozusagen in meiner Arbeit fokussiere, nämlich den häuslichen Unterricht sozusagen zu besprechen, sondern wie machen wir die 700 Schulen in Wien so zu noch besseren Schulen, dass wir die 870 auch zurückholen können. Ja, kommen wir von Allah wieder. Ich habe es schon erwähnt, der Herr Klattauer ist ja nicht mehr Lehrer, aber er vergibt noch immer einmal in der Woche am Montag in heute Noten. Das nicht genügend. Ich habe aber auch schon ein sehr gutes Mal bekommen, muss ich sagen. Ja, auch der Minister hat am Ende des Jahres sehr gut bekommen, jetzt der da nicht genügend entgegen ist. Aber ich wollte jetzt sagen, er hat Ihnen auch schon nicht genügend gegeben. Ja, ja, öfter gab ich sogar. Wann haben Sie sich da besonders über den Herrn Klattauer geärgert? Also ich habe ihm auch schon mal geschrieben, das ist gar nicht so lange her, da ging es um die Frage, aber es ist jetzt ein Detail, Quarantäne und Lehrerinnen und Lehrer zurückholen, früher freitesten sozusagen die Schulzone. Ich fand das sehr unfair damals, uns zu unterstellen. Ich komme ja, hat es ja auch angesprochen, aus der Lehrerinnen- und Lehrervertretung, aus der Personalvertretung uns zu unterstellen, wir würden sozusagen Leute schikanieren. Ich habe das sehr unverempfunden, ich habe es auch sozusagen stilistisch als unverempfunden. Wir haben uns da ausgetauscht, mein Ärger ist verraucht, aber sozusagen es gibt natürlich auch, und wenn er einen sehr gut vergibt, finde ich das alles immer richtig und 100%ig zutreffend. Wenn er einen nicht genügend vergibt, nicht so. Aber so ist es wahrscheinlich nicht nur, geht es nicht mir, sondern allen Schülerinnen fast in Österreich, dass man aber manchmal, und das stimmt auch, ist Kritik berechtigt. Ich würde mir nicht immer einen nicht genügend geben, aber vielleicht bin ich manchmal, wo er nicht genügend gegeben hat, nicht auf einen sehr gut, sondern vielleicht war er genügend. Aber ich sage jetzt auch, es ist im Regelfall immer ein guter Austausch. Und was müsste der Herr Himmer tun, damit er kommenden Montag ein Sehr gut bekommt? Drei Punkte? Nein, drei Punkte. Schau, drei Punkte, was für drei Punkte, die er tun könnte? Puh, ich weiß nicht, was er alles tun kann, ehrlich gesagt. Sie sind sozusagen die nachgeordnete Dienststelle des Ministeriums. Also in Wirklichkeit könnten Sie da schon was bewegen. Aber ich will mich ja darauf auch nicht ausreden, sondern jeder kann natürlich was tun. Was wir brauchen, und zwar jetzt unabhängig von Corona, aber da wird es nur wieder ganz deutlich, wir brauchen ganz viel mehr Lehrkräfte. Wir brauchen eine Lehrer-Offensive, eine Personal-Offensive. Ich glaube, dass wir die Hälfte der Probleme nicht hätten, wenn wir doppelt so viel Lehrpersonal in den Klassen hätten. Die gehen alle am Zahnfleisch. Klassen können nicht aufgemacht werden oder nur mit Notpersonal. Dazu gehört aber zum Beispiel auch, und da können Sie, glaube ich, schon Einfluss nehmen, dass die Sonderverträge auch faire Verträge sind. Die Sondervertragslehrer kriegen alle fast kein Geld dafür, dass sie sich da in die Klasse stellen und sich das alles antun. Punkt eins. Punkt zwei, man müsste wahrscheinlich viel mehr als bisher darauf Rücksicht nehmen, dass wir Kinder haben, die meistens nicht Deutsch sprechen. In Wien, aber auch, damit wir nicht nur über Wien reden, in Wels, in Linz, in den Ballungsräumen, vor allem Oberösterreich, wo jetzt die Wahlen sind, dort haben wir Schulen mit 100% Zuwandererkindern. Mit 100%. Die zum Großteil, auch wenn es immer heißt, die sind dann zweisprachig, na wie zweisprachig, ich will das jetzt nicht vorlesen, ich habe das Wurscht, einen Text mit von zweisprachigen Schülern, die sind nicht zweisprachig, sondern die können Zweisprachen nicht. Und das können Lehrer nicht schaffen. Ich habe das letzte Mal in der Kolumne von einem Lehrer geschrieben, der sich auf seine Knieoperation freut, weil er drei Kinder in die Klasse bekommen, drei neue Kinder und in keiner der Familien wird auch nur ein Wort Deutsch gesprochen und der sagt, wie soll ich das stemmen? Und dann nimmt die Schule immer noch, nämlich systemisch, keine Rücksicht. Also wir haben zu wenig Lehrer. Zwei Punkte, die ich zumindest bis Montag nicht alle erfüllen kann. Also das sehr gut wird schwierig, aber ich glaube, gerade in Wien sind wir da auf einem insofern guten Weg, weil wir natürlich alle wissen, die Herausforderungen in den Städten ist eine große und unser Bildungssystem ist eher in Richtung, alle werden gleich behandelt. Das heißt, genauer hinschauen, welche Herausforderungen hat eine Schule, eine Gesellschaft, eine Stadt und dann entsprechende Bildungsantworten zu geben, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen es doch alle, wir haben doch lang genug hingeschaut. Aber die Lösung müssen wir ja auch, weil es sind Bände gefüllt. Aber warum löst man es nicht? Genau, und das ist dann die große Herausforderung, nämlich neben den Noten geben, dass wir alle ins Boot holen, nämlich in diesem Land und sagen, ja zum Beispiel, die Ballungsräume brauchen mehr Unterstützung, Stichwort Chancenindex oder alles andere. Sie brauchen viel mehr Lehrer, Sie brauchen Lehrerinnen, die umgehen können mit Kinder, Aber wenn jeder das Kind in Österreich im Regelfall die gleiche Lehrerinnen- und Lehreranzahl bekommt und eine Deutsch-Förder-Klasse 25 Kinder haben soll, laut Gesetz sozusagen, dann ist das natürlich nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Kommen wir jetzt wieder in diesen Herbst zurück, kommen wir zurück in die Situation, die wir jetzt auch zu bewältigen haben. Eine Frage, soll man jetzt gleich alle Projektwochen, alle Skikurse absagen? Wäre das nicht wenigstens klar und fair? Also aus meiner Sicht auf keinen Fall. Nein! Also weil Schule ist, und das noch einmal, Schule ist nicht deswegen offen, damit wir testen können, sondern wir testen, damit die Schule offen bleibt und damit sie einen eigentlichen Job... Nein, wir testen in Wahrheit, damit die Erwachsenen nicht infiziert werden. Ich weiß schon, Sie sind mit dem Testen nicht ganz einverstanden, wie auch immer. Wir beide, glaube ich, sind damit einverstanden, dass wir sagen, wir wollen Schulen offen haben, damit sie pädagogisch arbeiten können. Dazu gehören natürlich auch die Welt da draußen und rauszugehen. Ich möchte auch noch einmal dazu sagen, wir beschäftigen uns, und dazu bekenne ich mich, ich möchte nicht 100% unserer Arbeit in den Bildungsbehörden und Einrichtungen mit Corona verbringen, sondern wir müssen uns um die wirklichen Herausforderungen, Deutschförderung, auch die Maßnahmen, wie können wir unterschiedliche Kinder auch so fördern, individuell fördern. Und das dritte Thema, und das betrifft viele Menschen da draußen, wo wir nur mehr über Corona reden, das Thema Klimawandel zum Beispiel, ist eines, das vor Corona ein ganzer Mittelpunkt gestanden ist und dann sozusagen durch Corona verdrängt wurde. In Wirklichkeit wissen wir auch, viele junge Menschen, besonders in den Schulen, sind dafür interessiert und zum Beispiel wir in Wien, gehen den Weg, dass wir genau die jetzt einladen und auch sehr intensiv mit denen parallel zu Corona genau da jetzt weiterarbeiten, weil ich nicht will, dass jetzt wir den Eindruck alle haben, wir haben jetzt die bestfunktionierendsten Testcenter der Welt, nämlich als Schule. Darf ich das abkürzen? Heißt das, dass man den Herrn Glatterau jetzt fragen kann, soll es ein Unterrichtsfach Klima geben, damit auch nicht immer nur über Corona geredet wird? Ja, bitte nicht. Jetzt schauen wir mal, ob das Unterrichtsfach Ethikunterricht funktioniert. Also nicht noch neue Klima, nicht neue Fächer erfinden. Schauen wir doch einmal, dass man endlich Ruhe ins System bringt, dass die Kolleginnen endlich einmal Atem holen können. Es gab kein einziges Jahr, wo im Bildungsbereich Ruhe möglich war. Das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Genau, aber das können wir nicht konstruieren. Ich verstehe schon, dass Sie, wenn man sozusagen sagt, was wir gerne hätten und auch Noten vergeben, genau das würde ich auch gerne haben, nämlich einmal Ruhe zu haben, um pädagogisch zu arbeiten. Ich erlebe, dass sowohl die Schulen wie aber auch wir alle im Bildungssystem seit vielen, vielen Monaten und Jahren in Wirklichkeit einem Projekt dem anderen hinterherlaufen, einer Krise der anderen hinterherlaufen und daher wir nicht warten können drauf, bis alles sich so beruhigt hat und uns dann vielleicht den wichtigen Themen wie Klimawandel zuzuwenden oder Wirtschaftsbildung oder anderen Themen. Es braucht, glaube ich, die Parallelität. Wir müssen mit Krisen umgehen können und lernen, auch mit vielleicht zu wenig an Unterstützung und parallel dazu die jungen Menschen, die großartig sind. Wenn ich da draußen bin und sehe die 6-Jährigen, die 10-Jährigen, die 12-Jährigen, was sie mit, ohne und wurscht welcher Corona leisten, dann ist das großartig. Das sind immer diese schönen Worte. Das ist immer natürlich, wenn ich das jetzt so sage. Aber es gibt nicht nur das Schlechte im Schulsystem. Und ich lobe nicht mich. Ich habe noch einmal gesagt, das liegt nicht an mir, sondern es liegt daran, dass da draußen gut gearbeitet wird. sondern jetzt einmal die Schule wieder zur Schule machen, weg mit der Testitis, Schule machen, Ruhe einkehren lassen und dann kann man darüber nachdenken, wie man mit den Fächern, in denen man jetzt zwei Jahre lang eigentlich gekämpft hat, wie man da wieder auf gleich kommt. Ja, aber ein Kind, das jetzt in der dritten Klasse Volksschule ist, hat eigentlich noch keine einzige Schule erlebt bis jetzt ohne Corona. Darum sage ich. Das heißt, wir können nicht warten und sagen, na ja, lassen wir uns Zeit, bis Corona überhaupt kein Thema mehr ist. Und dann fangen wir mit Schule an. Wir müssen parallel dazu alle wichtigen Themen, dazu gehört das Klima, dazu gehört alle Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn man wieder unterrichten kann, wenn man wieder unterrichten kann. Allein jede Pädagogin oder Pädagoge unterrichtet da draußen. Unterrichten anfangen kann man dann, wenn man jetzt endlich einmal aufhört, das Gesundheitsamt zu spielen. Wir wissen alle, ein Urgefest zu machen dauert nicht einen Tag. In den Gymnasien geht das rucki zucken, in den neuen Mittelschulen, in den Pflichtschulen, in den Volksschulen dauert das den halben Tag. Aber wir müssen ja auch nicht fünfmal in der Woche mit dem Gesetz. Damit endlich unterrichtet werden kann, wie der Herr Glattau sagt, mehrheitlich, und ich zitiere Sie, dass die Schule kein Gesundheitsamt ist, macht vielleicht die Impfpflicht für die Berufsgruppe Lehrerinnen und Lehrer sehr wohl einen Sinn und macht auch vielleicht eine Impfpflicht für Kinder ab zwölf Jahren einen Sinn, solange man noch nicht jüngere impfen kann? Puh, Impfpflicht. Man sollte die Geimpften auf jeden Fall einmal bevorzugen. Man sollte eine Infrastruktur schaffen in den Schulen, wo das Impfen ein Automatismus werden kann. Wo man die Leute mehr oder weniger vor die vollendete Tatsache stellt, da wird übermorgen dein Kind geimpft. Dann hat die immer noch die Chance zu sagen, nein, ich will aber nicht. Aber dann wird sie es in der Regel nicht sagen. Und ich finde, ja, es wird wahrscheinlich nächsten Monat schon die Zulassung geben für die fünf- bis zwölfjährigen. Ich finde, die gehören alle geimpft, um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, der Sukkus der Expertenmeinungen. Mein Sohn, zwölf Jahre, geht in eine Klasse, zwölf Jahre. Die sind bis auf drei Kinder alle geimpft und so muss es in jeder österreichischen Schulsystem. Also da sind wir uns mit hundertprozentiger Sicherheit einig. Mein Job ist aber natürlich dafür zu sorgen, dass alle, die sich nicht impfen lassen können oder wollen, und das ist derzeit ja auch gesetzlich erlaubt, genauso einen Platz im Schulsystem haben. Nämlich so einen sozusagen hohen Sicherheitslevel haben. Wir wollen nicht, dass eine gegen das andere ausspielen. Das ist sozusagen ganz klar. Aber ohne auszuspielen, sind sie für eine Impfpflicht? Also ich bin deswegen entspannt in der Diskussion, weil wenn ich sehe, jetzt können wir die Zahl bestreiten, aber das ist die offizielle Zahl, 90 Prozent der Wiener Lehrer und Lehrer sind geimpft, dann muss ich über eine Impfpflicht nicht mehr nachdenken, weil dann ist sie de facto, vor allem wenn man auch die gesellschaftlichen sagt. 77 Prozent der österreichischen Volksschullehrer sind geimpft. Wir reden ja nicht mehr über Wien, wir reden über ganz Österreich. 77 Prozent. Aber mein Job ist es, die Lehrer und auch Lehrer zu lohnen, die das hervorragend gemacht haben. Ich sage 77 Prozent der österreichischen Volksschullehrer sind geimpft. Ein Viertel der Pädagogen und die könnten aber alle geimpft werden. Die Gesellschaft kann ja nicht, weil da sind die Kinder voll weg und so weiter. Da kommt man auf keine 80, 90 Prozent. Bei den Lehrerinnen und Lehrern, wo ja bis auf ganz wenige Ausnahmen alle geimpft werden könnten, müssten auch alle geimpft werden. Da brauchen wir 99 Prozent und nicht 77. Da haben auch viele Pädagogen noch Aufholbedarf. Und um die Frage jetzt, wenn wir es jetzt noch einmal tun, ja, ich bin im Zweifel auch für die Impfpflicht. So wie die Patientenanwältinnen in Wien und in Niederösterreich und so wie mehrere Leute, ja, ich bin eigentlich für die Impfpflicht. Und solange es die nicht gibt, bin ich dafür, dass wir alle auch genauso die Möglichkeit geben, in der Schule zu bleiben. Mit den Sicherheitsmaßnahmen, mit der Maske, mit dem Testen, auch wenn Sie es nicht hören wollen, damit wir eben für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig davon, ob sie auch zum Teil selber die Entscheidung gar nicht treffen können, sich impfen zu lassen. Aber wer das erwähnt, denn ich habe zuerst gesagt, das kranke Kind kommt nach Hause, die Geimpften lässt man in Ruhe und die Ungeimpften... Sie brauchen es nur dem Gesundheitsminister schreiben, sicher dankbar. Nein, Sie sind Bildungsdirektor. Reden Sie doch mit Ihrem Minister und der Sie mit dem Geimpften. Also Vorschläge, glaube ich, zum Umgang mit der Pandemie gibt es natürlich eher eine Menge, da muss ich nicht als Nichtmediziner auch noch meine Weisheiten geben. Aber Sie sind als Bildungsdirektor für das Wohl der Kinder und der Lehrerinnen zuständig. Sie können unter jedem Umständen gut funktionieren und die Umstände gestaltet die Politik und wir sind dafür da, allen, die das auch können und dürfen, die Platz in der See zu bringen. Aber schreiben Sie den Brief vielleicht so wie der Herr Glattauer gerne hätte. Wir können ihn gemeinsam schreiben. Ich bin absolut dabei, auch dem Herrn Staubrat übrigens, der gesagt hat, die Tests werden bis Ende des Semesters, wird diese Phase jetzt verlängert. Das ist ja ein Wahnsinn. Also man merkt schon, er ist kein Freund des Testens. Aber es ist nichts bringt. Nicht, wenn man dann die Quarantänezeiten verkürzt, nicht, wenn man dann sagt, nur der Nachbar links und der Nachbar rechts, wo es überhaupt gar nicht nach links und rechts mehr gibt. Aber das Gute ist, wir sind ja in einem konstruktiven Streitgespräch. Absolut. Es gibt eine Entscheidung von Ihnen beiden, eine gemeinsame. Sie werden gemeinsam einen Brief schreiben. In den nächsten Tagen. An das Ministerium. An den Minister. An den Gesundheitsminister. Und an den Bildungsminister. Und wir dürfen den Brief dann auch haben. Verständlich ist ja kein Geheimnis, oder? Nein, kein Geheimnis. Machen wir. Wir haben eh schon drüber geredet, was wir alles wollen, oder? Ja. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir waren, bei drei am runden Tisch und meine Gäste waren. Dankeschön, danke. Ich bin schon und wir sind alle schon gespannt auf diesen Brief. Ja, meine Damen und Herren, das war für heute alles von uns. Bei hier, hier bei drei am runden Tisch. Bleiben Sie jetzt bitte dran, denn es geht jetzt gleich weiter mit Universum History. Die Affäre Mata Hari, Bettgeflüster und Hochverrat. Mata Hari gilt noch immer als eine der bekanntesten Spionen in aller Zeiten. Und die folgende Dokumentation zeigt, warum der Mythos um diese Frau auch heute noch Fantasien über Sex und Spionage beflügelt. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.